Ja, ganz kurz zu dem Programm Gant Project. Ich habe hier ja so ein kleines Logo vor meinen Vorgängen. Ich kann hier auf Bearbeiten, Einstellungen gehen und hier habe ich eine Logodatei, einen Pfad dazu. Den kann ich natürlich löschen. Ich kann sagen Durchsuchen und dann kann ich mir hier ein eigenes Logo hier oben reinsetzen. Das wirkt sich jetzt noch nicht aus, erst wenn ich das Programm beendet habe und wenn ich es dann neu starte, dann habe ich hier mein eigenes Logo drin. Ich muss halt etwas aufs Format achten. Ich habe das vorher noch bearbeiten müssen, weil sonst dieses Bild hier einen ziemlich großen Raum einnimmt. Also hier wird wirklich die Originalgröße abgebildet und das wäre dann wieder hier störend. Also falls jemand so eine Schülerfirma hat und ein Logo gestaltet hat, dann kann man das hier wunderbar einfügen. Die nächste gute Sache ist, dass ich hier nicht unbedingt im Programm die Vorgänge erfassen muss, sondern ich kann hierher gehen, Projekt importieren und dann je nachdem, welche Datei ich zur Verfügung habe. Ich habe hier zum Beispiel eine Textdatei vorbereitet. Die muss ich dann natürlich entsprechend suchen. Und dann kann ich diese Beispiele, die hier lose in der Textdatei da rein nach drin stehen, hier übertragen. Und ich habe hier dann die Vorgänge drin und gleich die entsprechenden Balken. Und jetzt kann ich also hergehen und die Zeitlichkeit entsprechend verändern oder dann entsprechende Verknüpfungen setzen.